Wir, das BMZ, setzen uns für die Ziele der Agenda 2030 ein. Wirtschaftlicher Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Digitale Lösungen können hierbei maßgeblich zum Erfolg beitragen, besonders in Entwicklungsländern. Deshalb arbeiten wir dort in folgenden Bereichen an digitalen Projekten. Arbeit, lokale Innovation, Chancengleichheit, gute Regierungsführung und Menschenrechte, sowie Daten für Entwicklung. Arbeit, fair und digital. Die afrikanische Bevölkerung ist zwar sehr jung, jedoch auch zu einem Großteil ohne Arbeit. Viele junge Menschen strömen deshalb auf den Arbeitsmarkt, wo ihnen die Digitalisierung neue Chancen bietet. Etwa über digitale Arbeitsplattformen. Diese prüfen wir auf faire Arbeitsbedingungen und soziale Standards. Lokale Innovation, Digitalzentren. Durch neue Technologien und Kooperationen mit innovativen Partnern unterstützen wir den digitalen Fortschritt vor Ort. Im ersten von mehreren Digitalzentren kommen jetzt schon digitaler Gründergeist, Wissen, Forschung und Partner zusammen. Chancengleichheit, Bildung und Gesundheit. Für die Chancengleichheit sorgt dabei freier Zugang zu Informationen und Dienstleistungen. Immer mehr Menschen können digitale Angebote nutzen. Was unter anderem der steigenden Zahl an Smartphones zu verdanken ist. Besonders in ländlichen und abgelegenen Gebieten, wo wir durch neue Technologien wie Drohnen den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten verbessern können. Gute Regierungsführung und Menschenrechte, Transparenz und Authentizität. Jede neue Technologie, ob Drohne oder Plattform, soll verantwortungsvoll genutzt werden. Heute schon machen wir Investitionen in Projekte mit der Blockchain transparent und sicher. Daten für Entwicklung, Datenschutz und digitale Sicherheit. Auch in der Entwicklung sollten öffentliche Daten frei zugänglich, private allerdings umso mehr vor Missbrauch geschützt sein. Aber bis jetzt haben nur wenige Staaten in Afrika Richtlinien zum Datenschutz. Um persönliche Daten besser zu schützen, arbeiten wir mit Partnern an ethischen und technischen Grundlagen für sicheres Internet überall. Mit diesen und weiteren Projekten erreichen wir die Ziele der Agenda 2030 schneller, mit Erfolg, der bleibt. Dabei kommt es sowohl auf technische Innovation als auch auf politischen Veränderungswillen an. Unsere Projekte beziehen beides mit ein und leisten einen Beitrag, die Chancen der Digitalisierung für alle nutzbar zu machen.